Ho, ho, ho! Und wir öffnen das 22. Türchen unseres Faulenz-Kalenders, Advents-Kalenders. Und heute ist drin ein Amazon Echo Pop. Nein, Spaß! Mir ist mir ein oder andere aufgefallen. Es war... Ich fand's lustig. Ich hoffe, der ein oder andere hat den Gag auch gut gefunden. Ansonsten machen wir heute mit was gewohnt Tollem weiter. Und damit es nicht wieder was von Amazon gibt, habe ich nochmal Netflix-Guthaben rausgeholt. Und 25 Euro Netflix-Guthaben für denjenigen, der schon alles hat oder halt noch braucht. Das ist gerade auch sehr schön, weil das ist jetzt eigentlich alles Zeug diese Woche, was es nicht mehr rechtzeitig zu euch vor Weihnachten unter dem Baum schaffen könnte. Mit der Ausnahme vom Netflix-Guthaben. Denn, klar, auf Wunsch schmeiße ich das auch in die Post. Aber ansonsten rubbele ich auch den Code frei und schicke der Gewinnerin den Code dann auch einfach per Mail zu. Also, das wäre wahrscheinlich das Einzige, was es noch rechtzeitig schafft. Und, ja, Erklärber-Video habe ich gemacht. Verlinke ich hier oben einfach wieder. Ansonsten mehr Informationen in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr freut euch langsam, dass Weihnachten schon richtig vor der Tür steht. Und das soll es einfach gewesen sein mit dem Türchen 22 aus dem Faulenz-Kalender. Macht es gut und bis morgen sage ich einfach mal. Tschüss! Das Blink-Ding nicht vorne.